Hallo, wie geht es euch? Heute möchte ich euch zu einem Experiment einladen. Was meint ihr, können Traubentanzen? Du brauchst nicht viel. Ein Wasserglas, stark kohlenzollharrehaltiges Mineralwasser, drei Weintrauben, ob du grün oder blau, blaue Trauben nimmst, ist ganz egal. Was ist zu tun? Fülle das Glas zu drei Viertel Mineralwasser. Gib nun die drei Trauben in das Wasser. Was passiert? Schau mal ganz genau. Die Trauben drehen sich. Sie hüpfen auf und nieder. Rund um die Weintrauben bilden sich viele kleine Bläschen. Die Trauben drehen sich. Nach einiger Zeit steigen die Weintrauben nach oben und sinken wieder ab und steigen wieder auf und ab, immer wieder. Was steckt dahinter? Kohlenzolle ist ein Gas, das im Wasser gelöst ist und dabei Bläschen bilden. Die aussteigen. Viel Spaß euch beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.